B5 Aktuell präsentiert Das Medienmagazin im Jahresrückblick Einfach besser informiert B5 Aktuell Die Köpfe des Jahres international, zusammengestellt von Jonathan Schulenburg. Und hinter jedem steht ein Schicksal. Das konnte alle Welt in diesem Jahr mitbekommen. Denn dass Reporter oft in Gefahr sind, ist bekannt. Aber dass manche von ihnen derart medienwirksam missbraucht und vorgeführt werden, das hätten sich die meisten von uns noch Anfang des Jahres nicht vorstellen können. Die Ermordung der US-Journalisten James Foley und Stephen Sotloff durch Schergen des IS in Syrien vor laufender Kamera hat alles verändert. Diese Kombination aus Kaltblütigkeit und Verbreitung von Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken hat es so noch nicht gegeben. Auch Nicht-Journalisten waren und sind weiter in den Fängen des IS. Dem in Hamburg lebenden Enno Heidmann aber dürften besonders Foley und Sotloff nahestehen. Denn er ist selbst Journalist, Fotograf und Blogger und war schon öfter in Krisengebieten auf Recherche. Ich begrüße ihn zugeschaltet aus Hamburg. Hallo, Enno Heidmann. Hallo. Menschen werden geköpft und die Aufnahmen danach gezielt weltweit über die Netzwerke verbreitet. Wie haben Sie empfunden, als Sie diese Bilder sahen oder davon gehört haben? Die Hinrichtung der zwei Kollegen in Syrien, das ist ohne Gleichen. Also das kann man gar nicht in Worte fassen. Und da hat der Terror im Prinzip das Ziel erreicht, Abschreckung. Dass wir einfach oder dass auch ich persönlich vor allem Abstand genommen habe von der Berichterstattung beziehungsweise von den Reisen in diese Region. Heißt, Bilder sind mächtiger als jeder Text? Bilder sind schon immer mächtig gewesen. Bilder ergänzen den Text in einer besonderen Form und solche Bilder bedürfen im Prinzip gar keiner weiteren Beschreibung. Die Bilder von den getöteten Geiseln, die Aufnahmen sehr professionell gefilmt, wurden dann schnell und werden schnell über Twitter und Co. verbreitet. Der IS beherrscht diese Medientaktik nahezu perfekt, muss man sagen. Was können die, die die sozialen Netzwerke nicht missbrauchen? Dazu zählen wir uns jetzt einfach mal. Also was können die meisten von uns dem überhaupt entgegensetzen? Entgegensetzen wird eigentlich schon schwer. Bei Twitter kann man einiges beobachten, dass Twitter seit dem Vorstoß der IS immer wieder versucht, die Accounts zu überprüfen, zu löschen. Nichtsdestotrotz ist die IS so stark organisiert, dass die immer wieder wie Pilze aus dem Boden schießen. Das Problem dabei ist auch, dass viele sich verleiten lassen und die Meldungen der IS über die sozialen Medien verbreiten. Also durch Retweets, durch Likes über Facebook, sonst irgendwas. Und somit das Sprachrohr für den Terror sind. Und das ist eine Gefahr. Wir sollten uns normalerweise die Frage stellen, kann ich das und darf ich das überhaupt? Welchen Nutzen hat das überhaupt? Welchen Mehrwert? Und einen Mehrwert gibt es dabei eigentlich für uns gar nicht. Sie selbst, Herr Heitmann, bezeichnen sich nicht als Kriegs- oder Krisenreporter, waren aber auch schon in gefährlichen Gegenden unterwegs. 2011 zum Beispiel in Afghanistan und dieses Jahr erst im Irak, bevor der IS-Terror richtig begann. Was treibt Sie an? Ist es der Kick, die Neugierde, das Geschäft? Das ist immer wieder eine gute Frage, weshalb ich mich in diese Gegenden vorwage. Zum einen ist es meine persönliche Vergangenheit. Ich war lange Jahre Soldat, kenne mich also in solchen Regionen aus. Und zum anderen ist es halt auch die, das sind die Geschichten, die mich immer wieder faszinieren. Das ist die Historie der Länder zum Beispiel. Also auf gar keinen Fall, da möchte ich mich auf jeden Fall distanzieren davon. Das sind nicht die Storys, die Geld bringen. Also deswegen reise ich dort nicht hin. Es gibt genügend andere Geschichten auch in Deutschland, die man machen könnte. Aber das ist schon vielleicht noch eine Art der Faszination. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Und würden Sie nach den Ereignissen in diesem Jahr überall bedenkenlos hinreisen? Also Syrien ist definitiv ein Land, wo ich einen sehr großen Bogen um Syrien mache. Einfach aus dem Grund, weil man gar nicht abschätzen kann, ob man sich jetzt in Sicherheit oder in Gefahr begibt. Afghanistan ist eine Geschichte, man hat nach wie vor die Möglichkeit und die Alternative, embedded zu arbeiten. Das habe ich dann dort auch getan, weil auch die Gefahr zu groß ist, wenn man sich dort allein von A nach B begibt. Embedded, also auch der Embedded Journalism, das heißt so viel wie der Reporter, reist unter Schutz, aber in gewisser Weise auch unter Aufsicht von Militär, Regierungen, Kriegsparteien. Wie stehen Sie dieser Art des Journalismus grundsätzlich gegenüber? Ist das ein Weg, der legitim ist für Sie? Embedded Journalism führt nach wie vor immer wieder zu Diskussionen unter den Kollegen. Ich selbst muss dazu sagen, es ist eine Alternative, die sich dem Journalisten, dem Kollegen bietet, in gefährliche Regionen zu reisen. unter Schutz, so wie Sie es gerade schon erwähnt haben. Es ist aber auch eine Arbeitsweise, wenn man sich mit dem Militär nicht im Vorfeld intensiv auseinandergesetzt hat, besteht schon eine sehr große Gefahr, dass man sich ja lenken und leiten lässt. Von den Presseoffizieren, als Beispiel den Presseoffizieren, den Pressestabsoffizieren der Bundeswehr vor Ort. Also jemand, der unbedarft an diese Sache herangeht, begibt sich schon in die Gefahr, nicht die Geschichten zu bekommen, die er eigentlich bekommen könnte, weil die Regierung, das Verteidigungsministerium, das Pentagon halt gewisse Dinge einfach lenken. Journalist, Fotograf und Blogger Enno Heitmann über Reportereinsätze in gefährlichen Regionen und die Macht der furchtbaren Bilder des Jahres, die uns 2014 aus Syrien und dem Irak erreicht haben. Herr Heitmann, danke fürs Gespräch und alles Gute für Ihre nächsten Einsätze, wo auch immer Sie sein werden. Vielen Dank.